Herzlich Willkommen zu Eike und Anja auf SUP-Tour. Zu unserer SUP-Tour bleiben wir in Europa und es geht ab in die westlichste Ecke Siziliens nach Massalla. Im ersten Drittel des Videos habe ich euch nochmal die kompakten Tourdaten zusammengestellt. Die Distanz von Köln aus beträgt 2440 Kilometer und ist gut innerhalb von 48 Stunden machbar. Idealerweise kann man aber auch mit dem Flugzeug in zwei bis drei Stunden ins 95 Kilometer entfernte Palermo anreisen. Das hier mit gelb umrandete Fußbecken ist mit drei Kilometer Breite und sechs Kilometer Länge sowie einer sensationellen Wassertiefe von nur 30 bis 120 Zentimetern das Nonplusultra in Sachen Sicherheit. Aber kommen wir direkt zum Ort Lusdañone, an dem unsere Tour in Europas größter Flachwasserlagune beginnt. Unser Startpunkt ist bei Don Matteo, der hier einen super Einstieg, einen großen Parkplatz und eine ausgezeichnete Küche hat. Einen wunderschönen guten Morgen aus Italien, aus Sizilien und aus der Ortschaft Massalla. Wir machen heute eine schöne Stand-Up-Pedal-Tour auf eine kleine vorgelagerte Insel und nehmen euch gerne mit und wünschen euch viel Spaß bei der Tour. Und schon geht es los mit unserer Flachwassertour. Unser erstes Ziel ist die 1,8 Kilometer direkt vorgelagerte Insel Santa Maria, auf der wir die südliche Spitze ansteuern. So, und hier wie versprochen die Tourdaten. So, und hier wie versprochen die Tourdaten. Jetzt sind wir jetzt wirklich schon ein Stückchen weiter draußen, um euch jetzt aber zu verdeutlichen, wie flach das Ganze jetzt hier wirklich ist. Wirklich mal verrückt ins Wasser. Und, Achtung, das war's schon. Ja, es ist wirklich unglaublich ein, was die Eche hier. Ja, zum Schwimmen gibt es hier wirklich weit und breit keine Möglichkeit. An der südlichen Spitze kommen wir an einem optimalen Anlegeplatz an. Ich glaube, das sollte mal ein Naturpool sein. Ja, auf dieser langgezogenen Insel, direkt vor unserem Startpunkt, gibt es wilde Esel. Und eine davon haben wir jetzt schon hinter uns. Nach einer kleinen Inspektion der artgerechten Tierhaltung von Eseln geht es weiter auf unserer Tour auf die 1,8 Kilometer entfernte kleine Insel La Scuola. Es ist herrlich windstill und ein Genuss, durch das spiegelglatte Wasser zu paddeln. So, hier ist das Wasser jetzt mal etwas tiefer, aber immer noch wunderbar. Die Sonne fängt an zu ballern und es ist Zeit, etwas dagegen zu tun. Bei der Dauer der Tour und dem heißen Wetter empfiehlt es sich auf jeden Fall immer ein Laicra mit dabei zu haben. Auch auf der Insel La Scuola finden wir eine gute Anlegestelle. Bei unserer Ankunft ist das Vogelgeschrei groß, denn auf der verlassenen Insel kommt kaum jemand vorbei. Ich schaue mich kurz um, aber mehr als Vögel und Kakteen gibt es hier nicht zu entdecken. Deswegen machen wir uns nur einen kurzen Stopp und es geht weiter in Richtung Mosia, die größte Insel mitten in Ruinen einer antiken phönizischen Stadt. Die Insel Mosia wird auch Isola di San Pantaleo genannt. Auch hier legen wir kurz an, aber da ich kein Archäologe bin und mir die Ruinen zu zerfallen sind, ist der Stopp nur kurz. Kalte Steine. Schnell paddeln wir noch ein Stück um die Insel zum Haupteingang und queren dann rüber zur großen Saline. Hier haben wir großes Glück ein paar Flamingos beim Starten zu sehen. Jetzt geht es in den Kanal, der zum Besucherzentrum der Salinenanlage führt. Salve! Aber auch hier hält uns nichts und wir fahren direkt wieder raus. Auf dem letzten langen Schlag setzt schon ein bisschen die Thermik ein und wir bekommen Gegenwind. Deswegen auch der Bogen in der Bucht, um mehr Abdeckung von Land zu bekommen. So, nach 11,4 Kilometern und 4 Stunden Fahrtdauer haben wir unseren Startpunkt wieder erreicht. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich! Bis zur nächsten SUP Tour, diesmal in Utrecht.